und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier von der oberbayern mit dabei heute der michael der lukas der werner der daki der lenni und der frau ich werde für eine umfrage im chat in kommentarbereich manuell drauf lassen oder nicht generell mal so die frage sie ist doch einfach als weitere übung für die wiesenbergers aufnahme ein ich muss die wiesenberger zukünftig noch anders aufnehmen noch anders aufnehmen hat trekking wurde sich gewünscht gelesen macht gar keinen spaß welchen hast du denn welchen trekker und gleich ich weiß nicht ja mal den schwarzen ich habe gehört lenni streame allerdings nur noch mit trekking ich habe gehört das passiert nicht und facecam und und heiko stümen dauert gar nicht mehr so lange ist das problem aber ich würde tatsächlich eine sondersendung ab 20 machen weil ich weiß nicht ob das für die kinder geeignet ist ich weiß ich glaube auch mit den vielleicht auch einfach so zu verpixeln mach einmal die kameran das licht aus naja schon mal den tanz werde ich nicht tun ich habe ich habe übrigens nach diesem high kostüm gesucht das gibt es ja wirklich und dachte mir ist ja kein problem stellt das einfach kurz vorher habe ich das noch mal rausgesucht gesehen das ist so ein aufblasbares kunststoff kostüm weiter wenn du da eine halbe stunde drin ist quasi klinisch tot bist du wenigstens corona konform verpackt wenigstens ist das corona konform ja aber für den spaß würde ich es mir einfach mal kaufen lenni ja aber wenn er jetzt pass auf ich kaufe zwei und du kommst mit in den stream das ist so wahnsinnig eigentlich müsste man jetzt die leute fast schon bitte noch ein bisschen zu warten mit dem abonnieren von lenni wenn es richtig heiß ist genau wenn es richtig heiß ist du bist so ein Minusmensch einfach nur weil ich dich liebe was ist in deiner Erziehung falsch gelaufen Alter wir haben ja fast festgestellt ein Jahr mit dir ne das ist das werft ab du musst doch mal deinen Personalbogen überarbeiten ich habe noch keinen eingereicht deswegen überarbeite ich den ja achso ok oh man das ist natürlich nur damit deine Poren richtig gereinigt werden und sowas ja ja das ist quasi der Saunaanzug ne ja für die Gesundheit für die Gesundheit alle schlechte kannst du dann einfach loswerden ausschwitzen weißt schon dass ich einen Echtholzboden habe und der aufquillt ich würde jetzt sagen leg ein Handtuch unter ne aber vielleicht legst du auch eher dreilagig oder so ich hätte hier überlegt so einen Kinderpool einfach hinzustellen noch besser dein armer Noblechair ja ich denke ich werde es im Stehen durchziehen wir hatten heutzutage schon Noblechair du noch nicht ich wollte es gerade sagen aber er kommt er ist noch im Zulauf oder ja er kommt er kommt steiner denn extra design oder ist das ein Standard keine Ahnung weiß man auch nicht weißt du denn welches Modell ist das? nö ein schwarzes ach danke dafür gerade rollen habe ich gehört auch sehr gut aber die sind wirklich sehr sehr geil die Rollen vom Noblechair die sind super leise sind deine denn laut? also ich meine ich frage für nen Freund aber wie viel rollst du mit dem Stuhl rum? schon relativ viel schon relativ viel und ich hatte davor so einen relativ günstigen Stuhl äh da hast du das deutlich gehört wenn ich mal hin und her gerollt bin und mit dem Noblechair hier gar nicht also ich habe ihn jetzt nicht wegen den Rollen gekauft sondern ja wegen der Lodose Stütze der was? wegen dem Rückending wegen dem Rückending der Lodose Stütze hast du Rücken oder wat? alter sowas von ey Werner ich sitze seitdem ich im Homeoffice bin sitze ich auf dem Ding ungefähr ah 10 bis 12 Stunden je nachdem wie lange wir aufnehmen äh mit kleineren Unterbrechungen weißt du was ne gute Investition bei dir wäre? hm ein Gymnastikball alter oh Gott das geht nicht der Uwe ist so dünn wenn er sich da drauf sitzt und platzt er ja spitzer Beckenboden oder so ne geht nicht weil zu dünn habe ich auch noch nie gehört ja weißt du doch dann hast du kein Polster äh ne steißbein drückt direkt durch ja zack kaputt muss ein Vollplastikball sein so ein Treibball wie für die Hunde aber der ist halt echt unbequem harte Gubi das Ding voll Gubi ja so ne Bowling Kugel ja hier Schatz fang bam muss auch ziehen oder ja genau muss auch mit dem Teleskop leider ins Büro reingehievt werden wir tragen können sowieso nicht Gott und der darf auch nur im Erdgeschosse wurden ja genau das ist der Fall du hättest kein Problem also so eine Tat von das Ding ist uh sieh unten Werner hm ich hab ein blödes Gefühl wenn ich dich da unten so rumwursteln sehe warum naja weil du da bist wo ich normalerweise nicht gern bin im Multiplayer ehrlich ja warum naja nein er hat im Wald angefangen es sagt nicht ihr macht Räume Werner doch Räume machen Winter hallo Micha kauf eine Kettensäge wir holzen den ihren Wald ab da helfen wir direkt und schneiden kleine Scheibchen eh handgerechte Stücke solang es alles in diese Maschine reingeht ist alles ok irgendwer hat sich hier beliebt gemacht aus diesem Raum mit einem Meter Stückchen ja ja hallo ein Meter geht nicht sogar ein halber ne das macht der für Stückchen nur wenn du gut bist ja hättest du noch mit der Hand nachsägen müssen die halbe Meter ich meine halber halber geht immer rein wie ein 8-armiger aber sonst das klingt falsch ja ja ich bring die letzten 30.000 Liter Zucker rücken weg ich sehe hier gar nichts Lukas willst du mal zum Shop fahren ich ja kann ich das aber der Anhänger darf ich erst zum hoch bringen ja ne den sollst du ja mitnehmen ja gut Micha ich würde dich nochmal kurz entführen den biege ich mal zum Shop ab Micha Micha sieht gut aus ja entführe mich mal ach ich habe es aufs Lebkuchen aufgeworfen so ähm ich hatte eben schon mal geguckt Micha wir haben ja noch ein paar Liter Kartoffeln und ich habe überlegt ob wir uns naja nicht lange aber ein bisschen beschäftigen mit der Kartoffelsortier- und Waschanlage hier kommen wir aus ähm wir kriegen ungefähr den doppelten Preis für die Kartoffeln äh 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 Kartoffeln also jetzt 392 bei der Beiwahr und Premium gibt es 906 Tendenz steigend das heißt äh über das doppelte und wir zahlen etwas über 20.000 Euro für diese so Tier- und Waschanlage ja wir hatten halt ein bisschen Arbeit ähm lohnt sich vielleicht jetzt ich hab jetzt nicht durchgerechnet ob sich jetzt dieses jahr lohnt aber wenn wir nächstes jahr noch einmal irgendwo kartoffeln herbekommen lohnt sich das auf jeden fall auf jeden fall dann müssen wir mal gucken dass wir das ding vielleicht irgendwo am hoch platz hier nicht was kann noch nicht wo genau wieder für platz haben aber das feine futter kümmern dann vielleicht auch noch an die in die geist abtreten und verdienen gerade einmal rückwärts richtig schön verkackt und ja das wollte ich nur kurz gefragt ob wir auch noch auf diesem zug aufbringen wollen eigentlich bin ich da keinen kein freund von aber bei den preisen muss man einfach sagen über das doppelte zu verdienen einmal blöd wenn man es nicht macht mein vorschlag ja wir kaufen es noch fällt 21 hält ein und 17 auch so ist schon angesäbt mit kartoffeln kommen extra kartoffeln ernten und ist bekannt 17 18 und 21 zusammen legen zu einem großen feld über 30.000 kauf ich mir schnell okay und noch mal schon für nächster pack getroffen optimal ja was machen wir jetzt mit den 190.000 und blöde frage aber behalten wir beide anhänger da soll einer wieder weg ich würde einen wieder weg geben und welchen er gibt den kleinen wieder weg lieber den größeren behalten falls wir größere schleppe haben ja der krampe fertig obwohl der krampe schön ist schön geht schön um die kurven ja der der fährt sich sehr sehr angenehm wirklich sehr angenehm auch von der beschleunigung herwenden wenn da noch was was drin ist ich würde tatsächlich überlegen ob wir den ab okay dann gehen wir den trw 30 zurück ich schneide mir gleich hinter erinnern sich irgendwas über die letzte krasse weg dann ist der zielo so gut wie leer okay da haben wir dann noch ein silo oder wir haben noch eine kleine silo voll das reicht auf jeden fall für den ganzen winter für die tiere zu versorgen sehr gut ja da müssen wir mal gucken was mit unserer gras fläche dann machen was wollen wir daraus machen warum haben wir so viel gras gekauft ja die alte von der walchen würde sich eigentlich anbieten finde ich und die kohle hätten wir gerade noch gut okay wir haben gerade alles verkauft an material aber ja noch die paar silageballen auch unter dem vordach hätte ich fast gesagt liegen ja alles gut wir haben noch 16.000 der gras im silo ach ja was wir können dass wir können auch mal neu silieren wenn wir unbedingt wollen mahlzeit ja gutes das ist überhaupt kein thema da kann man da kann man 40.000 sozillieren noch ja richtig richtig ja müssen müssen wir mal gucken wie das war hast du die hast du die kartoffelequipment gekauft nein ich hab kein also das kartoffelfeld ja das equipment kartoffelequipment nein so wollte ich den kartoffelequipment kaufen ich meine jetzt die waschanlage die ganz schön ach so nein ich bin noch bin noch am fahren entschuldigung ne ich bin noch am fahren ich weiß noch nicht wohin damit das ist noch mein problem wenn du weißt wohin gerne also zeige ich dir gleich wenn du beruf bist kann ich können wir uns gleich hat noch kurz angucken ich bin am hof bin unterwegs ich habe da einen platz glaube der wäre ganz geeignet dafür ich guck mal kurz was wir können glaube ich eko verkaufen wir können deko verkaufen wir diesen schüttgut container zum beispiel hier bei uns steht den können wir verkaufen die ballen leider nicht aber da könnte dann schon mal ein teil hin aber auch die wascher ist ja ziemlich groß naja ganz klein ist ihn nicht ja aber stellst du da mit könntest du da hier oft hat direkt auch das feld setzen hat ich komme aber wenn ich bremse so gucken wir mal ja müssen uns aufweilen sind uns ist durch ja also ich hätte jetzt gedacht weil ich habe da nicht ganz rausgefunden was das hier wo für wir das hier brauchen das ist auch noch ein fahrsilo also mich ja was wir machen können da wo jetzt der container ums eck steht ne da würde genau die die sortieranlage hinfassen ja ja die würde der ast rein hinsortieren die waschanlage die waschanlage die anlage ist sehr sehr klein da müssen wir halt nur von oben und unten ran die könnte man gegen übersetzen genau aber die müssen ja nicht unbedingt heute platzieren ok ich zieh uns mal hoch ne alles klar grüße hallo hallo harte verhandlungen oder wie wir haben ja geplant ob wir was was kaufen umsetzen ja nicht erst geheilt haben wir ausgesetzt weil dieses jahr lief halt nicht gut aber du schreibst jetzt doch die prämie ein sagst du ja natürlich naja klar dieser vertrag ist ihm ja frage ist zugesichert die prämie also schlecht verhandelt ja bonis werden immer gezahlt grundgehälter gestrichen ein boni wird so fast so festgelegt dass du ihn einfach mühelos erreichen kannst damit sich das auch richtig lohnt besser dass er die boni ja nicht schon fix ein kollegen kann kollegen kannst ja quasi das kind hat er einfach nur einen anderen namen als gehalt und kommt halt nur einmal im jahr manchmal auch zweimal je nachdem aber ich sehe du kennst dich aus ja jetzt nach den fünfzehnten darüber ja nach den fünfzehnten ist egal ich gehe davon aus direkt mit dem stall ne wo ist dir was aufgefallen wo du ach so stimmen siehst du also vielleicht können wir schon am morgigen donnerstag spulen absolut nicht nein danke gar nicht das werden wir glaube ich am donnerstag noch mal diskutieren bei den heutigen mittwoch sind wir fertig liebe leute immer vielen dank fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat auch gerne wie immer dünnchen nach oben da lassen bis zum nächsten mal tatscha